Im Treibhaus Hochgewölbte Blätterkronen, Baldachine von Smaragd, Kinder, ihr aus fernen Zonen, Sagt mir, warum ihr klagt. Schweigend neiget ihr die Zweige, Malet Zeichen in die Luft, Und der Leiden stummer Zeuge Steiget aufwärts, süßer Duft. Weit in sehnendem Verlangen Breitet ihr die Arme aus Und umschlinget Wahnbefangen, Öder leere nichtgen Graus. Wohl ich weiß es, arme Pflanze, Ein Geschicke teilen wir, Ob umstrahlt von Licht und Glanze, Unsre Heimat ist nicht hier. Und wie froh die Sonne scheidet Von des Tages leerem Schein, Hüllet der, der wahrhaft leidet, Sich in Schweigens Dunkel ein. Stille wird's, ein säuselnd Weben, Füllet bang den dunklen Raum. Schwere Tropfen seh' ich schweben An der Blätter grünem Saum. Natürlich, ohne die Vertonung als Wesendonklied durch Richard Wagner Wäre dies Gedicht im Vergessen versunken. Mathilde Wesendonk war die Frau des reichen Kaufmanns und Kunstmäzens Otto Wesendonk. Während Wesendonk Richard Wagner finanzierte, bahnte sich zwischen diesem und Wesendonks Frau eine Liebesbeziehung an. Ein Ausdruck der gegenseitigen Verehrung war die Vertonung von fünf Gedichten der Wesendonk, deren musikalischer Gehalt auch Eingang in Wagners Oper Tristan und Isolde fand, insbesondere das Treibhaus als Beginn des letzten Aktes. Wir befinden uns also im Treibhaus und beobachten hochgewölbte Blätterkronen, Baldachine von Smaragd. Die exotischen Pflanzen gleichen einem Baldachin aus Smaragd, sind also von beeindruckender Größe und Farbe. Kinder, ihr aus fernen Zonen, sagt mir, warum ihr klagt. Wenn die sie betrachtende Person im Gedicht dem betrachteten Gegenstand eine solche Frage stellt, ist schon klar, daß sie sich mit ihm, also hier mit der Pflanze, aus fernen Zonen identifiziert. Schweigend neiget ihr die Zweige, malet Zeichen in die Luft, und der Leiden stummer Zeuge steiget aufwärts, süßer Duft. Es wird in die Pflanze hinein interpretiert, was der eigenen Empfindung entspricht, daß die Zweige klagende Zeichen malen und der Duft der Pflanze das bezeugt. Weit in sehnendem Verlangen breitet ihr die Arme aus und umschlinget Wahnbefangen, öder Leere, nichtgen Graus. Es ist das eigene sehnende Verlangen, aus einer öden Leere und aus nichtigem Graus auszubrechen, das auf die Pflanze übertragen wird. Wohl, ich weiß es, arme Pflanze, ein Geschicke teilen wir, ob umstrahlt von Licht und Glanze, unsere Heimat ist nicht hier. Das Treibhaus ist der hellste, nur vorstellbare Innenraum eines Gebäudes, aber es ist Licht und Glanz in einem Exil und in einer Art Gefängnis. Hat, wenn man so biografisch werden darf, Mathilde wesendrung ihr Leben im Licht und Glanz eines reichen Bürgerhauses als ein solches Exil und Gefängnis verstanden? Sie, die eigentlich Agnes hieß und den Namen Mathilde ihrem Mann zuliebe annahm, allen Ernstes den Namen von dessen erster verstorbenen Ehefrau? Auch wenn das so schön zusammenpasst, sie also als immens begabte künstlerische Person im Prachtgefängnis der großbürgerlichen Existenz erscheinen mag. Sehnsucht ist doch immer ein literarisches Spiel mit der Option eines anderen Lebens, wie man es vielleicht hätte führen wollen. Und wie froh die Sonne scheidet von des Tages leerem Schein, hüllet der, der wahrhaft leidet, sich in schweigend dunkel ein. Das ist raffiniert unklar. Ist das Schweigen Ausdruck für wahrhaftes Leiden? Oder schweigt hier ein wahrhaft Leidender, weil niemand da ist, mit dem man darüber sprechen könnte? So oder so, das Schweigen wird zum Bewahren eines Geheimnisses, das der eigenen Persönlichkeit Tiefe verleiht. Stille wird's, ein säuselnd Weben, füllet bang den dunklen Raum. Schwere Tropfen seh ich schweben an der Blätter grünem Saum. Die Sonne ist ja eine Strophe zuvor schon untergegangen und jetzt ohne den Glanz, den die Pflanze eben noch umgab, offenbaren sich bei empathischer Betrachtung die Tränen, die das exotische Gewächs offenbar weint. Wohl Kondenswasser im abkühlenden Treibhaus, aber die betrachtende sehnsuchtsvolle Seele interpretiert auch dies als Sinnbild für die eigene Existenz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020